Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch, wieder mit dabei der Matze, der Dali, der Martin und der Shadow und wieder eine Runde, mal gucken ob wir an der Siegesserie anknüpfen können und ich lege meine Hand ins Feuer, wir haben bis jetzt noch keine rausgeschnitten, wir haben gerade wirklich einen Lauf, gucken wir mal ob der so bleibt, stimmt eine war dabei, die haben wir sogar verloren, die laden wir ja trotzdem hoch von daher, haben wir nur die zwei. Zweite Runde von, zwei, jeden Runde haben wir gewonnen und das Rückmatch haben verloren, oder umgekehrt, ich glaube so war schon richtig, so, Verteidigungsposition, wir ziehen, go go go, so jetzt muss man gucken, von wo kommen sie, von, meistens von rechts, ja, die kommen gerade aus, ich würde sagen, durch die Tür kommen die hier meistens, was hier? Von hier könnten sie mich überraschen, okay, was war, wo kommen die? Ihr seid voll weit weg, oh Gott, ich muss weg, ich muss weg, lass mich weg, lass mich weg, und hier, da wo dieser rote Strick ist, du musst einfach... naja, die habe ich aber von dem Verteidigungspunkt nicht gesehen. Has auf, das sieht, Chris. Oh, die wollen, war gut. Die haben Fahrer links, der Bombs insetzt die weg. Och, oben steht der Sniper schon auf dem Dach. Warum immer ich? Die mögen alle keine Clowns. Ich schon tot, oder was? Naja, Sniper oben rechts auf dem Dach. Ich bin halt ein Spätzünder, oder was ist das? Boah, links rum, drei Leute Ich hab noch deinen Gegner gesehen Ich bisher nur einen Shadow läuft auch bei Super Mario nach links, ey Ich seh immer nur einen Gegner, der stürmt immer bei uns in die Menge rein und geht wieder weg Boah, jetzt schießen hier noch Raketen rein, ey Entschuld Dem sein Typ, das Ding vom Typ ist down Jetzt gibt's was auf die Ohren Was ist Tracer, was ist Tracer Tracer bei euch Haben Sehr schön Na Ulti kannst du mich heilen, Mats Wieso bei mir bleiben Rechts Ist ja auch cool da Oh lol, rechts war ja noch einer Boah, der hat mich zweimal getroffen, der Sniper Einmal dieser Okay Ich hab mich gebrochen Ich hab mich gebrochen Warum stirb? Oh Oh Oh, ich schnapp oben da Ja Der hat mich zweimal getroffen, aber nicht gut Wo musst du hin? Boah, oben, Sniper, oben, Sniper bei der Brücke Ach, schau, der ist oben Ne, der ist jetzt neu da Pass auf Oben bei der Brücke Fahrrad ist im Haus Hinter Haus Fahrrad mehr Oh mein Gott, die sind alle in der Mitte Wie, wie, wie hält der denn aus, dafür, dass er so viel Damage macht Das müssen wir auch noch balancieren Bin tot Nein Wow, scheiße Vorsicht, die holen sich A jetzt Die waschen jetzt durch Oh mein Gott Ja, zurückziehen erst mal und warten Ne, hinder Ja, bis wir da sind Ich bin im Punkt drinnen Deswegen, ab hinder Ich komme, Mats, ich komme Zurückziehen Ich bitte dich Nein, Alter Da ist Typi Da ist Typi Ich habe nicht gekriegt Ich bin bei dir Hinter uns, Tracer Nein, ich werde eingefroren Oben ist Para Bin weggekommen Ich lebe noch Ja, wir haben es noch, wir haben es noch Wo Ja, den Nein, das ist der Ulti Oh, Fahrrad Ulti Ich habe einen Fahrer Ich bin rausgekommen mit 20 lives Ich habe einen Fahrer Ich habe Ulti Achtung, Achtung, Achtung Boah, war eine nette Ulti von denen Boah, drei Leute geholt Was macht denn der da? Sich hochjagen, oder was? Was war das denn? Der jagt ihren Tech, hast du gut Du musst dann hinter ein Gebäude gehen Das ist dumm, das wusste ich gar nicht Hätte ich das gewusst? Extra Ulti rausgehauen für die Kacke, Mann Das kriegen wir sogar gehalten Aber wir sind Lowlife Para Da kommt ein Bombenregen Boah, ich bin Lowlife 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 Wir haben keine Heilungen mehr Wir haben aber einen Fahrer Jetzt alle rein Mats hinter dir, Fahrer, pass auf Scharfschutz habe ich Bam Achtung Vorsicht Fahrer Nein Heil mich Oh, nette Ulti, nette Ulti Gute Ulti Ich bin immer noch gestunt, Alter Kann nicht sein Ja, du bist in die Ulti von dir reingerannt Ja, ich war ja schon mit davor gestunt Geh auf, es geht So, 1,20 noch Ich hab einfach mal 4 Goldmedaillen grad 1,20 Gesicht Ich hab die Olle mit dem Anzug kaputt Oh, Scharfschwitze Oh, Scharfschwitze Scharfschwitze ist gleich tot 3 Mann Ah, der Fahrer ist nicht schlecht von denen Oh, nein Die nimm den Punkt ein Oh, Schade Hätten jetzt 50 Sekunden noch geschafft Ist da keiner mehr? Ne Martin ist noch da Ich bin noch ein einziger da Aber, was soll ich machen? Mit dem Tank gegen 4 Leute Oh, Schade Komm zurückziehen Ja, die kommt auch dann rechts Wow Boah, geht denn meine Taste manchmal nicht erst? Boah, ich bin weg Manchmal geht meine scheiß verfickte Taste Ne, das geht mir am Sack Pharah ist von Pharah und Tracy hinter Rinden Ich hab schon ganz Angst Rechtsrum sind die Pharah ist hinter uns Versucht ihn zu holen Aber ich weiß nicht, ob ich das schaue Boah, Ulti Hab Pharah Pharah ist down Ich komm aus der Ulti jedes Mal raus Das gibt's doch gar nicht Die scheiß Sniper Olle Wart ihr nicht kommen? Ja, zu spät Ich komm aus der Ulti Ich komm aus der Ulti Ich komm aus der Ulti Nein, ich komm aus der Ulti Ich fahr unter der Ecke Wow, 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 wow Heute ist es echt nicht Ich bin zu viert oder so drinnen grad Einen habe Bam, ich hab den Elektroanzug Wir müssen rein, wir müssen rein Bam, Doppelkill, Triplekill, alles Hörst rechts rum Hey, geradeaus Ups, falschen, da haste Ich hab Ulti Ich auch Erhalte dich noch kurz, falls mehr Action ist Ich hab meinen Action, jetzt rausgehauen Ich hab ihn direkt vor mir Wo ist der Sniper? Ich versuche den von hinten zu holen Tag vor mir Ich hab ihn vier Headshots gegeben, viele große Headshots Ich streich mich von hinten an die an Sniper hab ich Achtung, Miner Achtung, hinter uns jetzt müssen wir rein Achtung, Tracer, unter Ice-2C Ice-2C hat sich eingefroren Guck mal doch mal, wie lange noch Achtung, hinter mir Hälfte Mal Pfarrer, über uns, Pfarrer, über uns Komm, den müssen wir wegholen, schnell Oh, rechts, rechts, oben, rechts oben Pfarrer ist tot, Pfarrer ist tot Rechts oben, Roboter Brauch Heilung Ja, komm zu mir Nee Sniper rechts Ich aktiviert gleich meine Heilung, jetzt Ja, ich hab Hier, rechts ist der Heiler von denen Sehr schön Heiler ist down Oh, ich wurde gesnipert Was? Die Ice-Olle hat mich gesnipert? Sniper da an Tauwand Irgendwie Alter, was macht die denn? Ja, hä? Die hat grad 150 Schaden Was? Die ist doch Supporterin, oder was? Boah, hinter uns Hab weggeschossen Oh, Ulti haut der raus Der Fahrer ist heftig Die hat auch mit ihren normalen Angriffen viel raus Der ist hinter uns rumgeflogen Oh, und holt alle Nee, der lebt noch Nee, der lebt da Der hat nicht gleich Hab den Fahrer Ah, die holen schon wieder den Power mit Ne, ich bin drin Ich bin auch drin Ich hab den Anzug kaputt geschossen Weg, weg der Ulti Anzug What? Ich komm jedes Mal wieder rein Hä? Vor allem, ich bin doch schon weg gewesen Heiler ist tot Die hat wieder einen Anzug Die hat wieder einen Anzug Immer ums Eck gehen, Chris Ich bin tot Ich bin noch drin Ich bin noch drin Ich baue nur Hilfe von euch, schnell Hab, hab, hab Ah, Fahrer, ich muss weg Heilung, nein Ich bin auch weg Da hab ich uns grad noch kurz gerettet, ey Sniper ist da oben, pass auf Ich bleibe eigentlich schon tot Warte, Chris Wir dürfen auf keinen Fall nochmal reinkommen In zwei Jahren Dann verlieren wir das Komm, ey, ein Schuss noch Wie lange jetzt hier drin stehen Geht die Anzeige von denen zurück Farra ist tot Chris, bin Farra, ich Du bist zum Drittel Ich hab auch jetzt erholt, wie falsch was ist Weiß, sie noch mal versuchen reinzukommen Irgendwie Irgendwas Oh, von wo, von wo, von wo Von da oben Die IS-Olle hab ich Von rechts kommt irgendwas Von rechts kommt irgendwas Roboter hab ich Oh, Fahrer Oh, Sniper Roboter hab ich Brauch Hilfe Vorsicht, der schießt hier rein Jo Brauch Hilfe Oh, leil Gebt der Punkt wieder zurück, wann wir drin stehen Äh, Sniper hab ich auch gesehen Wir müssen den Sniper da holen Der holt uns von hinten, Leute Der ist bei uns Man spawnt da oben Hab ihn Der hatte 5 Leben Der hatte 5 Leben Das ist mich Fahrer Oh, 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 Fahrer Ich bin nicht mehr hinter Strait gekommen Farben, Fahrer Alle rein Ich bin frei Rein, 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 rein in den Punkt Ich bin gleich da Ich hab ulti gezündet Ich hab noch irgendwas getündet Ich hab noch irgendwas getündet Oh, ich bin eingefroren Schnell Ich bin tot Lebt noch irgendjemand von uns Ja, ich bin noch drin Das schaffst du aber nicht mehr, das glaub ich nicht Ja doch Ey, ich bin da Ich bin auch flasht da Ich bin auch flasht da Ich bin auch reingegangen Boah, das war doch magisch die gute Runde grad Ne, 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 ne Der Fahrer gefällt mir eigentlich recht gut Paga macht auch mega Spaß und macht Schaden Aber der muss halt treffen Ich weiß genau, was es ist beim A-Punkt Oder? Wie nicht einmal, das Das jetzt Die Ulti Ja, gut Immer feste drauf Immer feste drauf Hört keiner von uns Das Naja Patze Immer diesmal Immer matzen Immer matzen Danke, danke RERANGE Eine Silbermedaille und zwei Goldmedaille Yeah Drei Goldmedaille Ich war wieder nicht so gut ey Heute ist echt nicht mein Tag Aber egal Ich nehme diesmal Fahrer Von Anfang an Dafür waren die ersten drei Folgen gut Doch Nach 8000 Spinnen hab ich schon wieder ne Lootbox Ach du wieder Angeber Machen sie sich bereits an Was ihr müsstet normal schneller wie ich ne Lootbox bekomm Weil ich höher am Level bin Bis ich eine bekomm Dann kriegt ihr nochmal als ein Bis Und mindestens einer auf jeden Fall Also fast zwei Stimmt weil du ja mehr an der Lärmste Wobei sich der Lärmste 23 Braucht ca. 22.000 XP Das war am verlassen Zwei sind dazugekommen Wenig offensiv verhält Ja Ja Ich gehe eh auf den Offensiv Ich muss nur gucken Am Anfang Ob ich snappern kann Vielleicht Wir müssen angreifen Oldskaya Heute ist ein guter Tag Um Chaos zu stiften Bis jetzt haben wir noch keine Map zweimal gehabt Was? Bis jetzt haben wir heute noch keine Map zweimal gehabt Doch Ja das ist die Map Wo wir gerade eben hatten Davor auch Ja das ist jetzt Rematch oder? Dann ist es ja klar Dass man es nochmal hat Ich kann mich kaum beherfen Loll da fliegen die Bücher raus Ja Ja alles kaputt Hier Toll aber das sieht man kaum Das musst du auf einem hellen Untergrund machen Kann die ganzen Stühle jetzt ja kloppen Die ganze Einrichtung So jetzt schicke ich mich mal wieder an hier Eine Ablenkung machen kannst Hier Ah Spiegel kaputt Aber seine Wut noch keinen Lauf lassen Rechts steht schon einer Wollen wir links durchforschen alle? Links sehe ich kein Rechts steht auf jeden Fall einer Links ist einer Links ist ein Reaper Der läuft aber in die Mitte Läuft in die Mitte Oh der steht um die Ecke Oh Ist das behindert Der der bei uns dazu gelost wurde Der ist erstmal aus der Map geflogen Egal wir bauen Da ist ein Geschütz Ich hab den Reaper das Medikit geklaut Vorsicht Leute Da ist ein Geschütz Wie sieht einer das Geschütz? Wir haben ein Geschütz Links neben dem Auto Ja wenn Martin ein Schild macht dann kriege ich es weg Ja komm Ich treff das überhaupt nicht Ok dürfte er weg sein Ne das Geschütz ist noch da Huck Uh Er hat noch gehuckt Achtung Oberar Reaper Oh Geschütz steht rechts im Reaper ist tot Wurde gesnipet Und links steht ein Geschütz Achtung Also das ist glaube ich so ein Self steuerbares Oh ich bin tot Ach da steht noch ein Geschütz Verdammt Das links hole ich jetzt Gibt's da gar nicht Treff ich das nicht? Ich glaube rechts ist besser wenn du selbst holst Du nicht Machst du kannst du mich heilen? Auf dem Weg Ich bin rechts Oder Ja Aua Ok nehmen wir schon A ein Ja ich bin da Ich bin da Geschütz ist weg Habt ein kleines Geschütz weggehaunt Oh lauft rein Da sind nur noch zwei Oh das kleine Geschütz Ich hab's gepost Nö Nein Stimmt man kann ja auch boxen Oh das Das hab Eier Das ist effektiver als man denkt alter das Boxen Ja vorallem im Nahkampf Ja im Vörekampf kannst du dich gut boxen Ja Ja aber Statt Nahkampf die Waffe Statt die Waffe zu nutzen dann einfach boxen Das Ding von der Ollen ist kaputt Achtung von dem Feuer Ganz allein Oh Der hat seine Ulti, der hat seine Ulti Oh ich treff den nicht man aber er hängt in meiner Falle Mwaha Ich hab Ulti Hat das Geschütz von dem Feindliches Geschütz ausgeschaltet Feindliches Geschütz ausgeschaltet Ich lehme den Punkt ein Steht mit mir weiter los Hab einen Da ist eine Reihe Da ist eine Reihe Das hab ich nicht gesehen Oh mein Gott woher kommt der denn hoch? Ja der macht die Damage Habt ihr den? Oh was das hat nicht gezählt Was? Wir haben es aber schon zu Oh lol Weitrindl eingenommen Ja wir müssen noch einmal reinrushen Wo ist er denn hin? Komm der Dicke Barm weg ist er Vorsicht in dem A ein Die können keine Ahnung Die können keine Ahnung Die können keine Ahnung Alter ich bin tot Ich bin tot Drin ist Drin sind zwei Geschütze Der dreifach Ja das Von dem Vorbjörn und das Wo er selbst steuert Meine Ulti durch ne Wand durch Keine Ahnung aber du kannst kurz rumgehen und das reinnehmen Wer bist du denn? Wie heißt denn auch? Wir tanken Mit Schild Fahrer müssen da vielleicht rein Pass auf Geschütz steht wieder da Zusammen mit dem Schild Boah zwei In der Hütte stehen zwei Geschütze Darum gehts die ganze Zeit Chris Sag das doch nochmal Hinter uns ist ein Tank Hinter uns ist ein Tank Achtung Gegenverkehr Wie bombe ich da jetzt weg? Ja ich bin tot Bin gefangen So pass mal auf jetzt Stehen die da noch drin die Geschütze? Ja Stehen die da noch drin die Geschütze? Ja Ja Ich glaub Mach doch voll Brauch Heilung alter Oh mein ich bin tot Oh nein Die hat mich um die Ecke gehackt Gegnerisches Geschütze Wie? Stehen die noch drin? Oh jetzt pass auf der wird gut Um die Ecke und bumm Junge Wir haben nur noch drei Stecks Oh nice Hast du die Geschütze? Jo alle weg Alle rein Ich hab mein Ulti da reingehauen Das war perfekt Ich muss mir grad einnehmen Ich war richtig gut Nice Oh man am Dach Nice zu und heiß zu Ja am Ziel von B Okay schnell weg Das war echt gut Das war echt gut Ja Deswegen muss man glaub ich manchmal die Ultis mal kurz aufbauen Das ist manchmal alles so los Naja komm ich meistens weiter näher bei B raus Wenn ich jetzt tot bin So bin ich verdammt Overpower So bin ich verdammt Overpower Ohne Witz Chris dein Charakter und die Granaten Das ist echt asozial wenn ihr stirbt Ich weiß Er ist wieder gestorben Oh da stehen sie ja alle Ja achten wir haben da Geschütze aufgebaut Einen steht oben aa Tee ahah Die geraden vor kurschen auf Mech Hinter uns hinter uns Matze ich bin bei dir Oh neis Oh neis Wow Matze einfach nur ein Wie die muss man mal in meine Leiche rein laufen Ich bin sofort der Selbstläufer ey Pass auf das ist ein Schitz Achtung der ist das Ulti Einmal kurz Näschen pudern und weiter lachen. Verarscht das gerade ein wenig. Ich auch. Hat kein Ulti mehr. Geschützt ist tot. Ich habe Ulti. Lohnt sichs? Jo, jo, lohnt sich. Wo, wo. Achtung, Achtung, Achtung. Oh mein Gott, Jungs. Hinter uns Tracer. Oh, wo bin ich denn? Ich muss Tracer runtergekickt. Drei Leute hat er geholt. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Das ist die einzigste Ulti, wo ich immer rauskomme. Komischerweise. Scheiße, wieder mit Ulti verballert. Der exkludieren denkt. Alter, wie konnte er mich jetzt wohnen? Boah, das Geschütz guckt in die Mitte. Ja. Guck mal, wenn ich jetzt da so drüber baller, ob das was bringt. Ja, wenn du irgendwie sneaky das Geschütz wegholen kannst, wäre richtig gut. Ja, pass mal auf. Mein, ich muss da hoch. Muss ich nicht hier lang? Ich muss das Neid machen und das Geschütz wegholen. Vorsicht, Vorsicht, in der Mitte. Oh, 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 oh. Was machst du? Du bist immer zu ziemlich kundig. Das war der Geschütze. Jetzt wird's passiert. Jetzt wird's passiert. Hehehe. Hab ein Geschütz. Komm rein in die Mitte, die sind grad gut geschwächt. Die sind tot. Alles down. Alles down. Einer lebt noch. Das ist der... Der Typ ist tot. Er hat einen Kämpf. Er hat einen Kämpf. Tracer. Alter, was war das denn jetzt für ein Damage? Wenn der Nani ist... Ich bin drin, Jungs. Jojo, wir sind alle gestorben in der Aktion. Ich schnapp mir das Ziel. Ich versuch einfach nur zu überleben. Ja. Gebt der Bombensäckung. Ich will noch ein klein Stück vortreiben, weil dann kann's schon nicht, ähm, runtergehen. Ich überleb's noch. Ich muss aber weg. Ich hab noch 40 Leben. Ich bin ja jetzt bin ich... Vorsicht, gegenverkehr! Ich opfer mich. Hab Ulti reingehauen. Oh, Mann, ich drück's immer zu spät, Mann. Oh, Ulti, Ulti, Ulti. Oh, leil. Weggekommen. Müssen wir das Geschütz wegkriegen, wo darfst du? Da steht. Gegnerisches Geschütz! Das hat euch gestern. Das steht in der Tür drinnen. Oh, 8% Leben nur noch. Okay, hab wieder Leben. Vorsicht, Leute! Da ist ein Geschütz! Da ist ein Geschütz! Blöd Mann. Tracer hinter uns! Tracer hinter uns! Uh. Doofes Geschütz, sag ich nur, Alter. Das geht mir. Nee. Ich kann mir das Geschütz irgendwie wegbauen. Hauen. Chris, hast du bald Ulti vielleicht? 78%. Könnten wir noch schaffen, Jungs. Wer hat noch Ulti gleich? Ich hab 82%. Wenn wir die Halbdicks kombinieren können, wär gut. Ulti? Ich hab Ulti, ich zünd jetzt. Was? Ja, zünd, hau alles weg. Außer... Wurde gehofft. Hinter uns war Tracer. Alter, manchmal kann Tracer... What, Mann? Das gibt's doch gar nicht. Tracer! Tracer, hab ich schon mal gesagt. Wir müssten rein jetzt halt mit allen Mann zusammen. Na. Aber ich bin grad tot. Ich bin auch tot. Ich rette auch. Na, was geklappt. Wir können's vielleicht noch einmal probieren. Man, wir sind noch da. Na, wir können auch auf Verlängerung setzen jetzt. Ja, wir müssen aber alle zusammen rein stürmen. Allein ist es mit tot. Ich hab gleich die Ulti mitfahrer. Die Uhr tickt. Nein, check. Du musst rein und das Geschütz wegkauen. Das ist weg, ist schon weg. Drei Sekunden. Nein, das Geschütz lebt noch. Drei Sekunden. Ich spring rein. Nein! Nein, zu spät. Ich wäre rein, wenn er mich nicht gehockt hätte. Ich müsste auf die Uhr gucken. Ich bin grad drin. Ich hab das Geschütze bekommen, aber shit. Ich wär jetzt auch reingekommen, wenn er mich nicht gehockt hätte. War jetzt wieder eine Folge gewonnen, eine verloren. Oh, die war aber sehr schön. Die müssen wir uns jetzt nochmal gönnen. Ja, hättest du noch so eine Ulti landen können, wäre richtig gut gewesen. Ja, die haben sofort... Oh, die wir alle um die Ecke sind, ey. Meine Leute. Pier. Pier. Das eine war nur das aufgebaute Geschütz von denen. Martin. Das ist ja kein Spieler. So, dann würde ich sagen, haben wir an der Stelle wieder eine Folge hinter uns. Und ja, lasst einen Daumen da und wir sehen uns zur nächsten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.